Da hast du dir den Hammer noch geliehen vom Supermarkt. Da hast du noch nicht gekauft. Die hatten keinen zum Verkaufen und dann hat sie dir vom Hausmeister den Hammer geliehen. Aber was ist das? Gute Frage. Da berührt ja noch irgendwas. Die Schwinge. Oh oh. Dann ist es aber gut, dass wir den Stempfer jetzt einfach härter gestellt haben. Dann kommt er da nicht mehr hin. Oh, die Scheiße. Jetzt war der sich der Stempfer. Ich bin nicht, dass er noch mal erneet. Es geht nicht mehr hinz.